hey ho meine lieben äh freunde kein problem passt da nicht ganz rein hey ho meine lieben meinkraftfreunde zu einem weiteren part zu was zu einem neuen meinkraftpart jo mann hat heute sind die creeper wieder los boom hallo akbar ich komme hallo akbar das hat sich dann ernsthaft wie so eine angehört für diese terroristen bam da war der death ah was oh mein gott ich bin grad zu krass gedodget wie kein anderer bis jetzt auf diesem planeten ach by the way kann er mal wieder auftauchen danke lockerflockig durchgegangen gar kein problem gehabt das gab hast du glaube ich auch schon wahrscheinlich wo ich gerade stehe ja hast du ja auch logisch oh scheiße ich habe versucht aber es hat nicht geklappt ich hab'm horsey na was wieso dashst du du keck nein oh ich wär fast wegen mir runter gefallen schon hier abgepreist ich bin von die abgabe okay sind hier sind hier what the fuck folgst du mir mal oder gehst du denn im laba kuchen hoch ah ah ich glaube es ist so eine extra challenge glaube ich ich verstehe ich sehe einen schatz okay dann geht so zum schatz ich schlag euch zu breit ich hab'n schatz ein token cool das bringt mir recht viel weil ich so ein custom level habe was was irgendwie kann ich eigentlich wieder zurückgehen ja kannst du weil du magst tokens ne für einen gern hätte es sich vielleicht gelohnt für dich aber für dich doch auch ich habe halt schon den zeit tut lol lol der kam das neue du warst schon ja ich ja ich habe auch während des projekts auch gerne gesagt ich habe euch das meiste gerne aber mitgenommen weil ich das spiel erkenne oh mein gott das helft hoch ruf ein kopf nachvollziehen aber dann kam es dann gar noch bei dir ja ist dann okay dann los hier aber ich hab den hut auf der sänge wechseln ist ihnen hat sich geklappt oder das war war ich episch ich hab's nicht gesehen da ist auch ein gahn von also sorry ich hab die nicht gesehen das auch schon geholt hast ich hab hier mal stehen dann das nein bei der ersten stehen aber danke weil da hast du da oben das schon geholt das gab es immer noch da ja dann schnappst du schnappst der tiger dann geh du dahin das ist schwer das schaffst du oh it burns nice ich hab das timepiece hi du bist in mir drin geil ich hab 420 ster der lavakuchen abgeschlossen ich weiß nicht ich glaube ich habe einfach viele punkte geholt wir sind auch schon in diesem level drin aber 420 blazing 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 also jetzt noch das baue das ziegendorf nein nicht das ziegendorf sondern die windmühle jetzt was mir noch fehlt tatsächlich ich will dich damit ist nicht ärgern ich will dich damit tatsächlich nicht ärgern aber das ist das ist das einzige was mir noch fehlt wäre wichtig was hast du gesagt okay ist wichtig die glocke haben wir doch schon okay aber die audi die windmühlen würde ich heute ich sage ich kann nicht reden ich bin ja konzentriert du bist konzentriert worauf da war das ich habe das blaue gefunden okay dann komme ich gleich zu dir bei dem bei dem dorf gibt es irgendwo auch noch ein paar gerne versteckt tatsächlich ich habe eine frage an dir soll ich soll ich diesen das ist ja nicht wirklich ein boss was ich habe eine frage an dir an dich hier gibt es noch nicht wirklich eine hier gibt es nicht wirklich eine challenge also beziehungsweise hier gibt es nicht wirklich ein boss soll ich das soll ich dieses soll ich die ps trotzdem versuchen auf Novit zu spielen ja ich meine ich habe jetzt schon sowas die snatcher habe ich alles schon auf neu versucht aber ich habe mich behindert der gleiche sprung wieder also sehr wie immer nicht vergessen zu canceln also der cancel ist immer wichtig sonst preis natürlich auch wie so und der letzte vollidiot ja dann ja da ist ein trampolin da gibt es auch dass der nächste gar tatsächlich da ist ein trampolin also direkt da ist ein trampolin richtig ich frage ich mich gerade tatsächlich warum weil ich runtergefallen bin oh ja das ist lustig das klang so ja das ist unecht ne gar nicht ne finde ich jetzt nicht so lustig also hast du den weiß wo bin ich jetzt müssen wir hin habe ich dich gekocht er hat sich gekocht man kann wenn ich dich du wirst bereits 18 ich muss ich muss das e triggern ich glaube das ist bei dir schon getriggert ich muss mir jetzt die windmühle aktivieren ja muss ich aktivieren die windmühle ja da geht jetzt in die eine richtung und hier führt direkt zur windmühle du hast der ziegel außenposten siegen außenposten abgeschlossen ich habe keine ahnung wo ich bin ich gehe schon mal zurück ich muss jetzt wieder zurück und danach jetzt bin ich beim horn warte du musst es dich betätigen dass er schon betätigt läuft ich weiß danach muss nach links und nicht nach rechts auch wenn die immer rechts stehen warum nach links weil da der weg ist zu den windmühlen zu deinem Alptraum ja links ist der Alptraum dieser drecksnazis hier die drecksnazis hier die windige passage wie trägt ausländer ausländer raus ausländer russer oder was ich schon wieder was ich habe so ein video gesehen wo mich leider nicht das ist ein garm drin bei einer schatzruhe cool war aber nicole 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 hinter dir ja ist eine kiste du kannst da hinten und da ist ein gar das ist glaube ich nicht mal hin du kannst glaube ich dann direkt zur windmühle ich mache das hier alleine okay mal wo kommst du denn plötzlich hier ich habe diese fliecher so sehr guck mal einfach mach mal aus dem nichts aha ich bin gedodcht euch gedodcht ihr dreckskatzen ne verdammte scheiße bamm junge jetzt kann ich dir die gotteswand betätigen und ich komme danach direkt zu den windmühlen wo du gleich auch hin gehen kannst ich bin fast ohne schaden durchgekommen aber nur fast ja die katzen sind auch echt fies da kann man so fast nichts auf ohne schaden schaffen ich komme aber bist schon du bist erst jetzt da hast du das garm dir geholt ja wunderbar wie viel hast du jetzt ich glaube ich bin noch fünf ich habe 27 gut dieser ort ist gigantisch die windmühle okay auch so kurz gesagt auch mein lieblingsort tatsächlich bei dieser alten du hast da sehr schlimme erinnerung allerdings ist es hat die musik ist halt für mich so der faktor ist für mich schon sehr schön ja ja endlich ich habe jetzt endlich denn rumi ja ich bin so cool ich fahre auf dem teil kannst du auch konstruieren schauen wir auf ich gerade fahre geil es hat einen mord bei mir ähm what are you doing wer ist auf dem motorrad nein ich fahre auf so einem auf so einem ding diesen staubsauger ich mag es mit dem teil ich habe keine gute erinnerung an staubsauger denk mal ein goofy Nr wiii nr clesial du für mich noch so viel und b w Все oder das auch noch ein Garn für dich da ist noch für dich sogar frei so ja da wollen wir es uns gleich ich muss wieder schauen wir uns das holen da das ist dein lieblingssprung das easy für mich fallen lassen fallen lassen und wenn du unten bis springen dann denn der ich fast zwei jahre ich bin stolz auf dich das macht mich gerade etwas an also du musst du musst da gar nicht lang für das gar muss du da nicht lang was wird das gar muss du da nicht lang für das gang hättest du sorry wenn du das gern willst müssen wir dann lang ich zeig dir hier dann hier hoch dann so hoch dann hier waren sprung zack da bist du um dann macht es einfach so oder machen den dummen wegen den ich bin ich bin schwul weil das war das ist nicht so anspruch dazu wird man zu danach den gleichen springen drum noch mal machen das eigentlich schweres schaffst du sie hat auch vorhin auch geförst reiten wenn die first reitern das ist wie sie der spurt ist mir ich habe ganz andere sachen im blut ich habe ganz andere sachen im blut okay okay ich bin da wo mein das ist ein geschenk das muss ich beholen das war ein token mann oh ja ich habe noch nie gesehen der dich so sehr war das ist geil und trocken zu bekommen wenn man nicht so ein level hätte wo man permanent tokens fahren könnte das tut oder ich bin wieder da fällt sogar bei dem sprung ich habe ihn jetzt geschafft wie lange hast du gebraucht drei versuche einmal erstmal direkt geklärt muss man das üben wollen ich jetzt hingefallen ich bin wer bei dir ja du war dabei immer kommt da wieder hoch durch die treppen hier aber wie nett das spiel ja das spiel ist eigentlich auch nicht schwer das ist richtig anfänger freundlich anfänger freundlich ich habe meinen maul anfänger freundlich ja ja das ist echt anfänger freundlich junge das ist so ein einfaches game wenn du wirklich hölle sehen wenn du wirklich hölle sehen willst dann macht den snatcher modus der der feste deine see for real der piste da wurde eine seele weiß was ich glaube nicht irgendwann verzeiht es aber noch er macht mehr so eine seele füsten da stehe ich auch das schlägt seit 1000 aus das schlägt seit 1000 mal auf dich bin ich behindert du anscheinend auch ha 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 wenn man meint ich schlau die schufst du brauchst diesen gut hier gar nicht ja ich ich kriegte immer aus versehen drauf bei solchen passagen nämlich eigentlich immer das springt den springt hud ich jetzt auch so nach noch viele sachen aber du kommst wesentlich schneller durch aus dem ersten mal ja okay du hättest auch ganz hoch kommen können bambam bambam let's go auch pack ich wollte eigentlich ich auch die secke müssen dass sowieso wieder respawn bei mir ja das ist doch selbst weil ich hier ich du da oft da einfach nur gefällt mir sich ich rinne mich einfach nur und dieser sprung ist wie ist diese sprung ist welcher da hier das hier ich weiß nicht ob du dir noch daran erinnerst da kommen wieder so ein sprung fallen lassen springt nein da habe ich jetzt was kackt ich habe das schaffst du first try ja der ist auch nicht einfach heute ich daran erinnert mich noch nein ich bin nicht auf den anderen wagen gekommen ich habe mich auch nicht fallen gelassen das ist auch mein fehler ich dachte ich kann es auch so schaffen da warte ich erst mal schnell wunderbar da musst du auf dieses teil warten und dann siehst du dann wird es dass sich da bewegt was macht man da du kletterst dann hoch mit und dann du kletterst einfach hoch ach so auf den wagen da richtig richtig und jetzt kommst du aber hier lang und dann geht es hier weiter hoch weil er ist auch fast geschafft also nicht fast es war euch da es gibt da noch ein paar sachen die es noch hier zu tun gibt wie lange waren wir beim ersten mal 2000 jahren oder so keine ahnung man so lange viel zu lange was sind die guten erinnerungen an die man sich immer wieder erinnert für dich sind es keine guten erinnerung hätte auch im endeffekt ja schon irgendwie gute das war ja lustig freut mich so richtig kalt ja du bist richtig ich komme gleich hinterher das hat mich wirklich gefreut dass es so kalt geklappt hat wieso ja du bist du richtig du musst dann mach ich hin ach so komm mal hier wie soll ich da hoch kommen ich bin ich gerade runter pfff what the fuck kommst da hoch und du hast die hätte da ist jetzt habe ich da war ja ich fange da dran dann bin ich immer wieder abgefallen ich finde das bei dem so wie viel witzig also nicht du bist keine fotze Wie ist das passiert? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe Ich bin so gut in diesem Spiel Ich bin so gut in diesem Game Jetzt weißt du wie dein Partner Du bist richtig Geh weiter Du bist aber nur ein bisschen behind Bang Junge, tschüss Spinne Der erste Mal, wo ich hier auch mit Kira war Ach du Scheiße, war das eine Qual Niemand mag Kira Wirklich, das ist schon nett eigentlich Aber trotzdem, siehst du Und dumm Ja, dumm sowieso Jetzt schaut sie so den Livestream fest an dich Na, hi Bitch Geil I should first learn how to play noob Okay, da ist die Spinne Die habe ich zerstört erstmal Ah, das stimmt Die hat ja schon mal zugeguckt Und da hat mir plötzlich so Millionen Zuschauer Irgendwie AC noch zugeschaut Oh mein Gott Oh mein Gott Der bringt seine ganze Sippschaft mit Oh mein Gott, das war so knapp, Alter Mir war fast runtergefallen Oh jetzt kommt das mit den Ästen hier Das schaffst du, Elisi Seine Bruderschaft Die Bruderschaft Die Bruderschaft Die glaubt er nicht an die Kameradschaft Ich bin oben Ich bin oben Ich habe ihn endlich oben, Alter Oh ist das geil Ich habe ihn endlich oben, Mann Ja, endlich Es wird ja immer schneller, Mann Hast du schon mal diese extrem schnelle Version von diesem Level gespielt? Du redest grad wie Hitler Das geht Das willst du nicht Glaube ich, das willst du nicht Das ist alles andere als Spaß Ähm Du bist schon mal... Was? Ich bin grad geglischt Ich bin grad geglischt Ja, du bist richtig Perfekt Und dann musst du nur noch hier lang Dann auf so eine Plattform springen Dann bist du oben GG Wow Das ging schnell Oh, mit mir gehts immer schnell Hey, wo muss ich hin? Du musst da lang Ich glaube ich dass das Typepiece eingesammelt habe Ich habe 34 Ah, hier oben Du hast die Windmühle abgeschlossen Äh Ja, lecker Und jetzt verpeste ich die Welt Corona Ja, und jetzt musst du glaube ich jetzt auch zum Boss Level Ja, die Krankheit hat sich verbreitet Jetzt musst du aus dem Level raus und dann kurz ins Boss Level reingehen Okay 715 Oder du bleibst auf dem Level und suchst noch gerne, dann kannst du auch machen Aber erstmal mach ich Das ist aber keine Punkte mehr Aber wie gesagt, ich werde hier kurz die Aufnahme Und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part Bis dann und ciao Bis dann